Was macht ihr für eine gottlose Scheiße? Das ist so herrlich. Das ist so eine Masse. Die Bohnen, die sind 800 Gramm und haben knapp über 80 Cent gekostet. Das ist wirklich so viel Masse. Das wird taktisch ausgezahlt. Ja, mit den sauren Gruppen und der Mozzarella, das ist ein exquisites Maß. Rank das bitte mal. Naja, es macht halt immer noch einen Unterschied, wenn Julian den anrichtet, das ist so eine 7,6. Von einer 8 würde ich sagen. Von einer 8 würde ich sagen. Bevor wir in den Gypsy Wagon eingezogen sind, waren wir vorher noch in Gouda, aber wir waren jetzt nicht so begeistert davon. Heute eine neue Folge von unser wunderschönes Gouda. Bravo! Ja, Gouda, soll ich Ihnen kurz erklären, was es hier geiles gibt? Käse! Und sonst? Fertig! Ja, das ist so. Das ist so. Ist das behindert? Wir sind einfach zu drüben und dabei zu greifen. Alle stehen brav in der Schlange beim Hüte Minzi. Und dann ist da noch Sim. Der steht neben der Schlange. Ja! Hallo, hallo. Wir wünschen uns für den Gouda. Die Gouda. Okay. Geh mal. Und Kamera? Ja, kann man. Okay. Wir haben jetzt hier den Moy Cup, Südafrika. 2022 Jahrgang. Ich glaube, als Traube ist gemeint Troi Roy, kann ich jetzt so nicht übersetzen. Hier wird es als fruchtig verkauft, 16 bis 18 Grad haben wir, glaube ich 2,99 Euro gekostet. Klingt auch viel versprichtend. Wie erwartet haben wir so gut wie keine Schwiere. Riecht auf den ersten Fruchtig eher so nach einer Zahnpasta, dann verfliegt der Grupp auch schon. 1,1. Scheiße. 1,1. Hey, du bist auf Kamera. Du musst, du musst. Wir haben es auf Kamera. Wir werden es, wir werden es. Also, der Sim geht jetzt zur Kasse und das mache ich da aus. Okay, ein Abfall. Ja. Du gehst mit zur Kasse. Ich komme mit den beiden hin. Wir gehen mit den beiden hin. Doch, doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Wo ist ein Michi? Wir suchen den kleinen Michi. Da ist ja nicht die Rente. Also, ich kann zum Beispiel die Rente. Michael, ich würde mir was haben. Ja. 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 Wie habt ihr das gemacht? Michael, ich würde mir was haben. Michael, ich würde mir was haben. Michael, ich würde mir einfach so... Michael, du hast es die Werbung. Ich hab's nicht mehr. Ist das gar nicht. So, wir entern jetzt den Futhalen. Als Fall. Trust in Bast. Hier ist alles voll in den Futhalen. Wer hat natürlich den ganzen Tisch? Secured. Nennt mich King Julius Caesar. Du Peter. Hä? Was wird's bei Sim? Guck dir mal diesen Brecher an. Ein richtig schönes Pulled Pork Sandwich. Das ist so juice. Also Leute, dieser Burger. Guck mal wie juicy. Der ist so lecker. Da hast du so ein Close-Up auf meine Fresse. Phil hat sich mit ihm nie voll getrunken. Was? Da würd ich jetzt hier ja kreien. Also dieser Burger. Für Butcher mit Cheese. Der Weiß ist natürlich enorm. Aber sieht auch geil aus, muss ich sagen. Leute, was ist unser Statement zu den Futhalen? Oh nein. Wirklich krass. Wir sind alle immer krass. Wir auch waren. Phil? Also Phil fand die Futhalen auch geil. Ja. Na ja, so mit. So müssen wir bitte weniger analysieren. Junks! A-U! A-U! Wir machen jetzt außen Fahrradparkhaus. Und auf zum Gypsy Wagon. Viel zu einfach. Ja. What? Why? Highway to the danger zone. Oh no. Junks! A-U! Oh, das ist anstrengend. Los! Jetzt kriege ich mich weg. Bäh! Bäh! I went to the danger zone. I went to the danger zone. I went to the danger zone. Das ist unser Spot. Dieses Mumia Antibachke. Dieses... Nee, wir haben ruhig, wir waren in der Kille. Und so. Ja. Habt ihr das gefilmt? Mein Wecker war auf 1. Ich glaube, deine AirPods haben sich disconnected. Nein. Und warum war dein Wecker auf 1? Wecker auf 1? Wecker auf 1. Hä? Kannst du mal was sagen? Kannst du mal nicht so sagen, was? Was? Nein. Digga, ich weiß selber nicht, wieso mein Wecker auf 1. Aber auf einmal hat mir ein Wecker geklingelt. Nein, nein, nein. Du willst den Joghurt, du fängst den Joghurt. Ja. Ja. Oh mein Gott. Insider wissen, ich bin... Wie heißt das? Receiver. Nee, nee. Der Werfer. Nee, Receiver. Du bist Receiver. Du bist Receiver. Du bist Receiver. Stehen bleiben, liebe Fahrschüler. Rotarmen. Auf dieser Folge... Ich fahre den Wagen so tiefer gelegt. Ey Leute, sie fahren zu langsam. Ich pese jetzt vorbei. Zu langsam. Wir sind so schnell. Jaaaaah. Sagen Sie mal, Jack Rex. Was haben Sie denn da gemacht? Das war aber nicht ähm regelgemäß der STVO... Vor allen Dingen, ich will mir ganz kurz festhalten, dass ich mir von dem und von dem hinter der Kamera nichts über rote Ampeln sagen lassen muss. Lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto. Oh mein Papi ist gut, alles gut, aber danke dir. Es hilft der Dogg. Es hilft der Dogg. Aber ähm... Das ist total beliebt. Der Lecker war schon immer so. Hat irgendjemand was zum Festkleben? Boah, wir sind solche Nightrider. Can't say. What are you running? Am Pesen. Why are you cooking? Der weiß doch gar nicht, wie ihm geschieht. Der sieht den Grillrost schon so vor sich. Der wird gleich so zum Kotelett verarbeitet.